Jetzt auf einmal geht's. Wollt ihr mich überraschen? Okay, das speichere ich. Das ist das, was ich gemeint habe. Da ist ein Bild. So sieht man es. Wenn ich aber jetzt auf das alte gehe, ist das Bild weg. Bild da. Bild weg. Voll die Verarsche, ne? Ne, dann bin ich da erst recht nicht ausgekommen. Hä? Wieso? Blossene Mühe! Geht's? Ne, schieben kann ich von da aus, ne? Da muss ich wieder ziehen, ne? Hm. 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 Wieso springen ja Vollgas? hier die rotze ok funktioniert so auch recht gut da komme ich nicht hoch aber sollte ich da nicht hochkommen so geht nicht immer ein kleines stück was soll das ja 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 ganz an die kante funktioniert auch nicht jetzt auf einmal geht es müssen wir verarschen ok das speichere ich was für eine geburt für sowos das ist ein wahnsinn einmal darüber ich glaube das wird jetzt noch viel viel schwerer da oben gibt es nämlich was das weiß ich ganz genau das werden wir doch schaffen oder es wäre doch gelacht ha ha gott sind wir gut was sowas schaffen relativ einfach aber das andere das steigt mir so wie der letzte das ist echt makaber da falle ich lieber nicht runter es tut ungut das haben wir das speichere ich nicht laden speichern ist speichern laden das speichern sonst brauche ich wieder ewigkeiten man warum gehst du nicht langsam ich habe er eins gedrückt man das speichern mädchen wenigstens geht es lauten schnell das ist wenigstens ein vorteil das speichern das speichern das speichern Nein. Kann ich da... Hier aus mit Schwung drüber? Nein, so, so, so. Ah, so knapp. Alter, ich steuere mich an wie der letzte Hund. Weißt du, die ist da drin, ne? Ohne Probleme. Und da wieder? Wieso springst du jetzt runter? Madame. Miss Croft. Ja jemand, der so klug ist. Stellst du dich echt doof? Noch einen Schritt zurück. Oh Mann. Und jetzt springt's nicht. Gehst du mir auf den Geist? Hä, hä, hä. Hahaha. Muss ich vielleicht da drüber? Das könnte vielleicht sein, hä? Aber das ist ja genauso weg Weit weg Wie hier Oder? Ja Weißt Funktioniert ohne Probleme Das ist vielleicht ein bisschen höher Ah, ok, von hier aus Nice Dann nehmen wir das Ich speichere die Das geht schon bei mir Und jetzt speichern Die braucht immer so ewig Bis sie einen Abspruch macht Das ist brutal Wieso? Ach, da hinten ist noch einer Nehmen wir mit Ah, wir haben es geschafft Schwere Geburt Und nun Eine Wutschpartie Ja Ah Oh Oh Grokko Coco Coco Ok Hm Da gibt es dann auch noch was Das ist das was ich Meint habe ne Da ist ein Bild So sieht man es Wenn ich aber jetzt aufs alte gehe Ist das Bild weg Bild da Bild weg Voll die Vorge ne Wir haben ein Geheimnis gefunden Rot Muni So jetzt können wir Wasser lassen Ok So Musst du immer genau davor stehen Schwimmendes Coco Ich bin Schnappi Das kleine Krokodil Hehehe Ah Spegern Frage hätte man da nicht auch hinschwimmen können Ok Neptun Das schaut einfach so gut aus Ne Leg die Schlaufen Ach nicht schon wieder Nein Ach so ne Kack Fledermaus Hääääh ы Fort Www 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 Untertitelung des ZDF, 2020